Überraschung! Ostern wird heldenhaft bei Nickelodeon. Wir schenken euch ein ganzes Wochenende mit eurer Lieblings-Superheldenfamilie. Erlebt die Thundermans zwischen explosiver Action und dem ganz normalen Familienwahnsinn. Das Oster-Superhelden-Spektakel. Nächste Woche, Samstag und Sonntag, ab 11.15 Uhr. Nur bei Nickelodeon. Und verpasst nicht das Film-Highlight, die Rückkehr der Thundermans. Am Sonntag um 17.45 Uhr bei Nickelodeon und Paramount+.